Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video und ja ihr seht es mir in der Grund. Es gibt immer wieder eine Runde Overwatch Gameplay und da ich momentan noch im Urlaub bin, wenn ihr das Video seht, ja gibt es die Woche auch nur dieses eine Video, aber ich denke mal das ist ganz in Ordnung. Es war eine ganz coole Runde, einmal wurde mir ziemlich der Arsch gerettet, aber ich will nicht zu viel Spoiler und deswegen wünsche ich euch ganz viel Spaß. Nur nochmal als kleine Info, sorry für die komischen Textanimationen, meine Freundin saß neben mir, als wir das Video angefangen haben zu bearbeiten bzw. als ich das Video bearbeitet habe und ja die hat mir da so ein paar Tipps gegeben, wie ich das denn machen soll und ja deswegen sieht das Ganze eventuell etwas anders aus als sonst, aber ich denke mal das ist kein Problem. Ich wünsche euch trotzdem ganz viel Spaß dabei und ja dann haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin Leute, ciao! Oh, okay! Oh, okay! Oh, okay! The. Oh, okay! Oh, okay! Oh, okay! Oh. Okay! Oh, okay! Ich wünsche euch doch gleich! Und lovelyожет natürlich auch gleich der Kampf an die band das Geste cup bel macht. Oh! Keine Sorge, das war ich mit zwei Fliegern. Ulti, bereit! Ha, Leute! Hallo! Musique Doe, Leo! Ho, ho, ho! Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2021 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ich hab schon ganz andere Sachen überlegt. Ich hab schon ganz andere Sachen überlegt. Ich hab schon ganz andere Sachen überlegt.